Man kann ja jetzt forschen und man kann jetzt umbauen und danach alles dort abreißen, also alles parallel machen. Genau, erst forschen, dann umbauen und dann abreißen. Nee, nee, nicht umbauen, sondern neu bauen, abreißen. Weil umbauen heißt für mich abreißen, neu bauen, aber wir wollen neuen bauen, abreißen machen. Weißt du, was ich meine? Das wird so hoch. Du müsstest noch mit komplizieren, oder? Wir müssen die umbauen und abreißen, wir müssen abreißen und umbauen. Das ist ein großer Unterschied, Leute. Guck mal, das ist so wie bei einem Tool halt ausschneiden oder Copy-Paste und dann das, was du gekopiert hast, löschen. Verstehst du, was ich meine? So, jetzt haben wir auf jeden Fall 48 Megawatt. Damit könnt ihr erst mal spielen. Dass es ich gebaut habe, da, wo ich stehe, das sieht so ein bisschen aus wie eine MP5, nee, wie heißt die Nummer? PDW. PDW. Oh boy. Katsache. Oh Mann. Dima, ich wollte nochmal was fragen. Wir wollten ja so ein Bus-System machen. Ja? Wollten wir das? Wurde das, also es wurde nicht entschieden, da wurde nicht drüber geredet, aber wenn du es als Forscher geben möchtest, kannst du es gerne reinschlagen. Achso, okay, gut. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ja, hier oben ist es, damit es halten muss. Das heißt nicht, dass wir das nicht machen, Silke. Wir haben einfach nur nicht drüber gesprochen. Weißt du, man fragt, wollen wir wieder Main-Boss machen? Dann haben wir gesagt, ja gut, wir haben halt, wir wollen, also es ist noch nicht entschieden. Du kannst auch so machen. Zipp-Zack. Das ist alles gut. Wir machen nach falschen Rot-Pie-Boss. Der ist schon ziemlich ausgedutscht. Hier ist der Kumpab-Boss. Ach scheiße, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch was. Also, was wir brauchen, sind jetzt erstmal Öfen, Leute. Das müssen wir jetzt erstmal priorisieren. Entschuldigung, dass das jetzt so sage. Wofür überhaupt die Landaufschüttung? Wofür? Können wir schon die Öfen bauen? Ist das ein Art-Projekt? Ich kann die Öfen bauen, eigentlich. Ich habe nichts mehr. Das ist zu eng, Alter. Ich dachte, das wäre das Coole gewesen, was du reingesetzt hast. Coole. Wo soll ich den anknüpfen, Alter? Kein Kupfer. Hier ist eigentlich am angenehmsten für mich. Um mir das irgendwie rauszuzwacken, Alter. Ja, dass Factorio halt auch so das Spiel rausbringt und diese ganzen kleinen Sachen reinmacht, ne? Und alles so im minimalen Sinne auf optimiert und so richtig viele geile Quality-of-Life-Sachen reinbringt, ist aber auch eine Nicht-Selbstverständlichkeit. Das muss man auch sagen. Weil Factorio beziehungsweise Whoop-Software ist, glaube ich, die Firma dahinter. Haben halt einen besonderen Stellenwert. Die haben keinen Publisher oder keine Muttergesellschaft darüber. Die sind nicht Aktien und Börsen notiert. Die haben keine Investoren oder so drin. Die müssen absolut niemandem irgendwie Rechenschaft darüber geben, was sie machen und wie sie machen. Das machen die komplett unabhängig. Alles, was sie an Geld haben, haben sie durch das Verkauf dieses Spiels gemacht. Und das hat sich in den ganzen Jahren auch immer noch weiterverkauft, sodass sie halt davon ganz normal weitermachen konnten. Und deswegen sind die so unabhängig, wie sie sind und können deswegen sagen, wir fokussieren uns voll auf dieses Game und machen das so richtig geil, wie es geht. Und wenn das D10 noch zwei Jahre länger braucht, dann machen wir es noch zwei Jahre länger. So, das ist halt ein großes Privileg. Also das ist halt nicht auf jeden anwendbar. Sonst hast du halt immer so, wenn du im Studio unter EA bist oder so, dann wollen die halt Zahlen sehen für die nächste Gesellschaftsrunde. Weil jedes Jahr die Gewinne vorgelegt werden. Und wenn das nicht gesteigert wird, ja dann fällt halt die Aktiengesellschaft. Ja, ne? Deswegen muss jedes Jahr gesteigert werden. Aber Spiele werden halt nicht im Jahreszyklus released und werden auch nicht so verkauft. Deswegen ist da halt immer nur Diskrepanz, äh, Diskrepanz, der Arschwurz. Ne? Und dementsprechend alles ein bisschen schwieriger oder so. Ah, alles klar. Du hast halt keine alten weißen Männer, die dir vorschreiben, wie du dein Game zu machen hast, weil du das Gewinn abwerfen musst. Sondern du kannst dich voll darauf konzentrieren, geiles Game zu machen. Das hat geil. Mein Ziel ist es, alte weiße Männer zu pleasen. Und ihre Gewinne zu erfüllen. Ah, du bist also ein Saddam Maso-Kristen. Saddam Maso-Kristen. Also, ich brauche einen langen Arm, aber dafür muss ich den erstmal herstellen. Boys, ne? Wenn ihr die Map an guckt. Demokratie überall. Angst ist demokratisiert. Ich freue mich schon, wenn wir das erste Atomkraftwerk züchten. Züchten? Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich habe es jetzt auch endlich verstanden mit dem Multiplikator, wenn man mehrere nebeneinander baut. Und zwar, jedes weitere Kernkraftwerk macht 100% mehr. Also, das heißt, bei 1 können wir 7 Turbinen bauen. Bei 2 können wir sozusagen 14 plus 100, das heißt 28 mal. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, ja. Das ist echt cool. Das ist ein geiles Fazit gewesen. So richtig stumm. Und das ist ziemlich gut. Hast du nicht echt klar gekonnt? Wenn du so ein Business-Vorscher bist, und deswegen können wir unser Unternehmen um so und so viel Prozent Gewinn steigern im nächsten Jahr. Und du einfach so, und deswegen ist es gut. Geil. Ja, ist so. Ja. Ist doch so. So. Wir müssen erst mal Uran anbauen hier. Anbauen. Mhm. Ist wie, äh, ist ein bisschen wie bei Chlorophyte in Teravia. Ist ja auch grün. Wächst an. Kobi. Ich kobi und paste mein Leben gerne. Kobi. Kobi. Geschütze. Muss ja auch mal hergestellt werden, ne? So, ich erst jetzt mal in die Pizza zu Ende, damit ich hier wieder Platz habe. Und gucke euch mal ein bisschen zu. Was macht ihr denn so? So? Ja, ein Geschütze militär, ne? Na ja, schon wieder. Genau. Obwohl er, das reicht ja in der Holzkiste. Unsere Geschütze packe ich gerne in Holz, obwohl ich habe gar keinen Holz. Scheiß drauf. Dann halt Stahl. Scheiß drauf. Hat er alles. Kupfer kommt wenig. Weißt du, bei Dima ist es ein bisschen Spaghetti, aber ich lieb's halt. Na, es ist halt geil. Dima hast du gehört, du bist geil. Das geht aber nicht. Wir brauchen bessere Stromnetzwerke oder mal. Das Einzige, was ich scheiße finde, ist, dass ich alles leckt. Maschallah. Immer noch. Ja. Das ist Zeit. Hm. Das finde ich aber echt scheiße. Also alles kommt sehr stark verzögert so. Sonst macht er mal den Stream aus. Und macht nur Chat auf. Er hatte ich die ganze Zeit. Ich habe nur den Chat angemacht, wegen dieser einen Person, die er gefragt hatte, dass es mit diesem Netzdingels da war. ist Dima auch geil. Noch nicht, aber Moment. Jetzt ist er. Wir haben einen Knopf dafür. Ja. Ich habe einen Chat-Command dafür, dass da irgendwie geil wird. Gott, ey. Oh Mann, ey. So, wenn die jetzt schön laufen, die ganze Zeit. Was ist denn die Emote? Ja, das geht. Das ist flüssig. Was ist das? Nee. Update Emote oder so? Oh Gott. Ich glaube, die Schrauben sind schnell alle. Wir brauchen aber viel Militär, Digga. Milli, Milli, Milli. Ich kotze das jetzt schon so ein bisschen sehr an, dass halt... ... 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 ich glaube das ist das radar was neben dir steht wo die produzieren ja eigentlich schon ganz gut die beiden jetzt schon 20 geschlütze tödert mein denken dieses piepen und daniel du hörst ja zu ich hab voll den blauen fleck an meinem bein nur wegen dir oh gott der kommt gleich rüber so kriegt daniel gleich eine respektschelle ist denn das also ich kann hier über den twitch kann ich meine gab es einen command für auch nicht so richtig jetzt die kommen danach nach der forschung die produzieren zu wenig dann brauche ich das mal so reisen das brauche ich unbedingt kanaleinstellung integration das ist das alles hier das ist doch doof mann der oberenste hier haben wir schon 40 haben wir denn genug munition dafür überhaupt dass wir uns verteidigen können haben wir schon ein stack ja 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 ok ich habe aber noch mal 3000 im inventar und in der kiste sind auch noch mal 3000 äh dann erkunde ich mal ein bisschen die map ich hole ein bisschen munition und mauern und geschütze mit jo wo war denn der oder das motorrad gerade bei mir ja 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 was ist denn bloß da ja wenn man nicht hätte ich keine ahnung ich weiß nicht wie ich dass es gibt irgendwie ein Update. Also man kann irgendwie hier mit Emotes. Kann man auch nicht. Ist der Bot überhaupt connected, sag mal? Kann das sein? Dass einfach dieser blöde Stream-Elements-Bot da gar nicht drin ist im Channel oder was? Wo ist denn der? Chatbot. Settings. Ist aktiv. Ja, also sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Ähm. Äh, ich nehme die Hälfte an Mauern mit. So. Dann werde ich mich an gute Positionen begeben und da Stellung aufbauen. Wobei kommt denn Öl, Leute? Nein. Ist ein Kupfi noch. Ich gehe jetzt auf Erkundungsreise und sichere unser Gebiet ab ein bisschen. Gut, jetzt bin ich wieder im Game, ja? Ja. Stimmt, fischen war ich noch gar nicht. Stimmt. Komm schon. Blub. 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 So, da wir mehr Eisen brauchen, gehe ich jetzt zur Eisenwasserquelle. Zur eisenhaltigen Wasserquelle. Blub. Da kannst du dein Eisenvorrat aufbillen, indem du einfach aus dem Wasser trinkst. Das ist wirklich krass. Äh, richtig. So. Ich gehe von den Süden. Okay, ich habe es geschafft. Boah, geil. Hm, ich laufe gegenwann. Mhm, mhm. Interesting. Was wir noch keine Züge haben, mache ich das alles mit einem Laufband. Oh ja, äh, ich brauche Kufferplatten. Das ist nicht ein Problem. Also, Züge kriegen wir ganz easy hin. Das dauert nur noch ein kleines bisschen, ne? Drei, ähm, Technologien noch, dann haben wir Züge. Also, du könntest das auch schon abwarten und dann können wir gleich das mit wegmachen. Oh, ich darf schon mal. So, hier ist noch Steine im Süden. Ich bin echt in der Vorschau, ey. Wie geht das nochmal? So geht das. Ich sehe, dass du mich beobachtest, hä? Ist hier auf der Minimap, dass du auf mich guckst. Gerade. Sehr strange. Hier ist, äh, auch cool, ganz wichtig. Oh, hier ist ein Lager. Guck mal, wir haben doch ein bisschen näher, äh, Wasser. Ist jetzt nicht so weit weg. Siehst du nicht aus? Hier ist, hier ist Oll. Krieg ich das weg? Oh, cool, cool, ne? Hier ist Oll. Äh, hier, ja, wie gesagt, hier. Hm. Ist das auch Olivenöl? Ich hoffe doch, ich trinke mal ein bisschen. Ja, geil. Hier ist schon wieder Wasser. Boah, ich hoffe, da ist ein Bottleneck. Ja. Ich renne einfach mal ein bisschen rum hier. Ein bisschen Übersicht über die Map bekommen. Könnte ich ja auch eigentlich mit Radar machen. Boah, Digga, ich muss noch weiter kauen, ey. Boah, Digga, ich war jetzt circa 40 Minuten am Essen. So, hier ist noch Öl. Boah, das ist ja saugeil. Dauernd müssen wir Öl holen. Es sind einfach zwei Quellen direkt nebeneinander. Ist ja voll gut. Perfekt. So, ich bin back in action, Oli. Gefüllt mit Pizza. Das, wir sind, ich bin jetzt übrigens, ähm, seit ein paar Wochen wieder im Gym aktiv. Dreimal die Woche. Und, äh, der, der bei uns den Vertrag gemacht hat, der ist einfach Odin. Mit Vordar. Wie krass ist das? Ein heftiger Vorname, Alter. Boah, ist auch für Odin, Alter. Geil. Die Eltern sind Fan von der Mythologie. Oh. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber gut, ne, wenn ihr euch da nicht beeindruckt, okay. Ihr kennt bestimmt noch alle, die Zeus heißen und so, oder Aphrodite und so. Ja, na klar. Oder Jesus. Ja. Ja, ich will mein Kind auch immer noch irgendwelchen Gottheiten. Aber ich will ja nicht, äh, irgendwie ein Helikopter-Eltern sein, oder Tante sein, ne? Kupfer. Mein Kind muss Großes erreichen. Ah, nee, mein Kind muss nichts erreichen. Aber es heißt nur Odin. Zeus. So, okay. Kein Druck. Kein Druck, ne? Ein bisschen was habe ich schon entdeckt. Ich finde aber diese Gift-Potions mittlerweile echt geil. Zum Ausräuchern. Aber dafür brauchen wir noch Panzer, ey. Das wird geil. Nein, verpisst euch. Ich will nicht kämpfen. Nicht so wirklich. Die sind wirklich stark, ey. Damit kannst du so gut Nester wegmachen, ne? So. Ach. Okay. Ich bin mit meiner Clean-Aktion zurück. Ich gehe jetzt zurück in die Base, Alter. Back home. So, wo kriege ich noch? Home. Sweet. Home. Fertig, Alter. Jetzt fühlt er sich noch nicht gut, ne? Jetzt fühlt er sich gut, ja. Überfettet. Eigentlich heute so was gesundes machen mit Pilzen, Paprika und Tofu, weißt du so. Und bis jetzt so, ja so, weißt du, so richtig und reißt. Alles so richtig, richtig nice. Zudessen Pizza. Wir haben ja richtig fettig und richtig schön Käserand drin da. Jawoll. Schau, irgendwie die Vitamine rein, ne? Ja. Irgendwo müssen die ja herkommen, ne? Hier ist Wasser, das ist sehr gut. Wasser immer sehr gute Wand. Oh, ja. Ja, es sieht schon danach aus, dass wir ein paar gute Choke Points haben, ne? Aber Choke Points sind so egal. Er macht einfach eine Mauer drum. Ist auch eine gute Lösung. Ja. Finde ich gut. Okay. So. Okay. Okay. Schütz fürs Erste, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, das klaut uns schon mal keiner. Ja. Das ist meins. Habe ich markiert. Ach so, ist das jetzt. Okay. Ja gut. Dann, ja, ich mache dann auch mal eine eigene Base auf, ne? Tschüss. Kann ich das Öl haben? Also heute können wir das wirklich machen, ne? Jeder geht zu einem einzelnen Planeten. Ich glaube, das wird richtig spaßig, wenn jeder seinen eigenen Planeten hat. Oh. Weil es gibt schwere und gute oder leichtere, ne? Oh. Andere strugglen richtig. Der eine pümmelt voll rum, der andere muss alles per Hand machen und der dritte hat riesen Viecher, die ihn abfacken die ganze Zeit. Mega geil. Mega. Ich will aber keine Viecher triggern, Alter. Ich will nur erkunden, Leute. Ich gehe nur vorbei. Ich bin nur, ich will nur gucken. Ah, wie sind denn ausgerechnet da, äh, Nester? Ich könnte das mal upgraden, indem ich mal blaue, äh, oder Montagemaschinen immer zwei da reindrücke. Riskiere es einfach mal. Jetzt wurde ich entdeckt. Das ist gut. Das gefällt mir auch sehr. Die ganze scheiße Money rein. Ehe keiner. Ekelhaft, Master. Da findest du euch auch, ekelhaft. Wir haben auch noch keine Kiste für grüne Circuits zum Abgrabbeln. Das mache ich auch mal. Oh, ich gucke mal, ich gucke mal, ob ich hier durch den Wald, ohne entdeckt zu werden, durchkomme. Guten Kabelkisten. Ich will einfach nur gucken, Leute. Ich will einfach nur gucken. Einfach so ein Vulkan aus auf einmal rein, Digga. Ja, Wasser ist sehr gut. Find ich sehr gut. Jetzt, komm, schließ ab mit Wasser. Ich hab mit Wasser abgeschlossen. Junge, das ist nicht mehr meins. Wir haben uns auseinandergelebt. So ne Grenze für mich einfach gezogen. Das ging nicht weiter. Das ist aber ein Shockpoint. Das ist aber ein Shockpoint. Ist okay. Kann ich akzeptieren. So, dann muss ich hier noch links gucken. Ich gucke mal links. Boah, das triggert mich, ne? Warum haben wir so wenig Eisenerz? Ja, wir brauchen mehr Eisenerz. Und wir brauchen hier rote Belz. Ja. Ist aber schon baubar. Ja, mach ich jetzt auch. Baumbad. Man, ich seh nichts, wenn's dunkel ist. Pokisch. Mach Licht an. Ja, ich muss warten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Zweier machen soll. Aber ich gucke, ich hab nicht genug Eisenerz dafür. Die Zweier Montagedinger, oder? Ja. Milz. Nein, schon wieder deckt worden. Ja, ich hab die rote Science grad schon mal auf zwei geupgradet. Ekelhaften, ekelhaften. So, gib mir Wasser. Gib mir Wasser, Bro. So, wir haben Züge. Dima, guck mir grad dabei zu. Perfekt. Ey, das sieht man. Ja, das sieht man auf der Minimap, wenn jemand anderes... Warte, ich mach das mal selber. Mach das mal bei mir. Guck mal bei uns. Ah, dann ist dein Name da. Ja. Der Stalker wird jetzt hier offen gezeigt. Scheiße, scheiße. Der Name geht erst drüber, wenn du sowas, sowas, die Bäume siehst, oder? Hm? Ja, durch die, äh, durch die Dingens. Hier ist sogar Kupfer nochmal. Aber am besten ist es zweimal Kupfer. Was machst du da, Dima, Alter? Er ist provisorisch. Du weißt, was provisorisch ist, bleibt für immer. Hier ist auch wieder Öl. Du stehst genau im Weg, Dima. Oh, ja, warte. Sehr gut, geiler Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu-Blu. Ja. Wait, sehe ich das richtig? Wer hat Geburtstag? Ich? Ich bin's. Hallo? Ich bin's. Motor-Ah, Motor-Ah. Seid ihr gerade Geburtstag? Was? Ich weiß, ich muss ihn erstmal mit meinen Primeline schenken. Ist es schon wieder ein Monat her? Scheiße, Mann. Ja. Ja, dankeschön, Lima. Ja, gönn dir. Kann sein, dass das Overlay gerade gar nicht funktioniert? Wo ist der Alert? Wo ist er? Oh, hier ist Eisen. Ah, da ist der Alert. Mein Gott. Hat gebraucht. Da ist er. Ich habe Eisen gefunden. Die hat er schon zwei Monate los. Geil. Tja, Monate los. Eigentlich schon seit ein paar Jahren. 6,1 Millionen. Zum Besten. Uff. Oh, dass es mich durchweilt, ey. Mh, mach ich das jetzt hier. Aus dem Weg. Ja, aber die Gegend hat schon ganz okaye Short Points. Spechische Short Points. Reicht das an roten? Erstmal ja, ne? Oder? Ja, 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 das reicht. Für den Anfang kannst du ein bisschen was haben und was ungebräuchten halten. Das ist doch schon gut. Komm, schließ ab mit Wasser. Komm. Komm. Komm, gönn. Gönn. Hier ist noch Oran. Ganz wenig. So, Scummies. Scuft hier einfach herangebaut. Das schon. Mal vielleicht auch Stufe 2 upgraden. Die, äh. Bärst du für Eisen und so? Ja. Äh. Ja, wo es halt wirklich Sinn macht. Mal wirklich nicht viel Eisen, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Ich hab 42. Ich fang mal an. Joa, aber bitte hier. Also. Zuerst der Weg von dem Bohrer bis zum, äh. Da muss aber auch beim Bohrer. Ich hab hier schon eine Linie abgecredited. Boah, ich hab kein Betäum. Die müssten noch. Und danach läuft's eigentlich wieder flüssig. Ja, nee, oder? Nee. Der Rest stockt nicht. Warte mal, ich test das mal aus. Und dann noch unten. Äh, also hier. Genau, die da. Der da, die. Ja, es ist der Weg. Du darfst alles machen, was du möchtest. So viel hab ich noch. Was da. Ich pack mal meine Fahrt hier rein. Boah, mit Rechtskrieg ist Essen. Scheiße. Ja. Oh Gott. Ja, wenn du in einer Notsituation bist und ich weiß, dass es Rechtskrieg ist. Ja, fuck. Fuck, was ist Rechtskrieg? Was ist das? Was ist das? Ich verstehe dich. Wow. Hm. Ich hab schon wieder längst hier gespammt, Alter. Mann. Ich mach mal ein Auto. Mach mal ein Auto. Äh, dann machen wir ein bisschen Damage. Und dann Solar. Hm? Wir haben Schienen übrigens jetzt, so. Und weg. Brauchen wir nur noch Züge. Alter, wie lange das dauert. Sind in Arbeit. So. Für Zügelein. Und ich baue mal den auf. Passt noch mal ein bisschen mehr. Motor. So. Eigentlich muss ich hier vorher reparieren. Wir werden eigentlich keine Eisenprobleme mehr haben. Warte mal. Ich mach hier so wieder das Ding, wie ich's halt gewinne. Das war. Normale Muni-Schmutz. Ey, du sch***. Du meinst Schmutz und Muni, ne? Einfach Silence. Ich hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. Normale Muni-Schmutz, also das ist Schmutz-Muni. Das war schon. Ach so. Das war jetzt nicht. Also. Ja, lass nicht darüber reden. Dann hab ich das nicht verstanden. Ich glaub, du hättest was anderes gesagt. Ne. Ne. Boah, Invasion. Das ist mein Planet, ihr Wichser. Boah, ich hab keine Muni mehr. Boah, lass mich in Ruhe. Wir können darüber reden. Ich hab's hier jetzt entwickelt. Ja, aber dann machst du Verhandlungen, ne? Oh, fuck, ey. Was sind das für Viecher? Unzivilisiert sowas. Ach, ich hasse das, wenn die Pistole 100 Muni. Verpiss dich. Ja, ich kenn auch nichts Schlimmeres. Pack das andersrum. Ich kann das so. Ne, aber so ist doof. Ne, ich mach das so rum. Der Kollege geht da durch. Man weiß was, ich mach das hier mal. Das wird nötig. Wie ist es mit Strom? Strom sieht gut aus, sehr schön. Was war nochmal Strom? Also, welche Taste? Äh, du musst auf den Mast klicken. Ah. Das ist so eine Schmutz-Muni, ey. Also, die schmutzt die Muni, meinst du? Ja, genau. Okay. Wollte nur sicherstellen. Das ist, das ist Stefan, wie bei mir. Du schießt mit dreckiger Munition oder mit Militär-Munition. Oh ja. Das wird die teuerste Munition verballern, auch die beschissensten Enemies. Wenn man immer aus Versehen auswählt. Dass du, wenn du zu lange R gedrückt hältst. Ah, mittlerweile weiß ich das Schlauch. Naja, unterschätzt das mal nicht. Ah, meine Inkompetenz. Ah, die Geschütztaktik ist, äh, aufwendig. Oh, Metall ist Metall, Alter. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde gerne rumfahren. Bist im Bau. Wenn du gleich wiederkommst, kannst du fahren. Wie viel Muni habe ich noch? 300. 400. 500 insgesamt. Ich würde eigentlich nur noch Choke-Points finden. Irgendwann. Oh, wenn man über die Forschung drüber hauvert, dann sieht man so einen Grafen. Oh, keiner verbauten Dessourcen, ne? Oh, lol. Krass. Alter, das sind so Dinger, ne? Wirklich. Krass. Das sieht geil aus. Das ist eine kleine Sache, ne? Ja, die kleinen Dinge. Komm, Wasser, komm. Please, zu mir. Das ist ein Winz-Versum. Miniversum. Mikroversum. Das ist übrigens nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob sie das im Englischen wirklich so sagen. Der eine hat sich ja selbst umgebracht, als er das erfahren hat. Und dann sagten die halt, Vince wäre so. Im Englischen war das Tiny-Verse und dann haben sie halt gesagt Teeny-Verse. Weil er so ein Kind hat. Weil er so ein Kind hat. Ah. Also ich glaube, so war das. Also ein bisschen Emo-Kiddy-Teeny-Ding oder was? So ein Joke reingebracht oder was? Was da ein Tiny-Teen-Verse ist. Ja, das ist also, da kann man mal wahrscheinlich gesagt, okay, der Joke, der funktioniert auf Deutsch nicht. Ist da jetzt ein Joke nötig? Ja, eigentlich nicht. Ja, dann lassen wir ihn raus. Ist doch schon ein Joke an sich. Ja. Die Ebene fehlt. So, ich komme zurück, Gewatschild. Ah, die Morde, du wirst das lieben, was ich gerade mache. Ich mag es, aber ich liebe es nicht. Abgebrüht. Ich weiß nicht mehr, was du machst. Perfekt. Boah, ich brauche ein Exoskelett. Dieser Respekt, er fehlt. So, Cedric. Ich bin... Ja, Stefan. Daheim. Gleich. Alter, das dauert ewig. Komm schon. Reden um dein Leben. Das war nur ein ganzer Planet, du nur umlaufen musst. So, Auto bitte. Es müssten schon Motoren, da ist, äh, gebaut sein, also... Ah, ne, ist noch kein Strom, da auch stimmt. Ja, okay. Da muss ich, da muss ich ein bisschen enttäuscht werden. Motoren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Da war jetzt noch ein Long-Insurter. Machen wir die hier rauf. Aber... Habe ich jetzt tatsächlich noch gerade so die Dinger reingequetscht bekommen. Und platziere ich den... Zack, rief. Zack, rief. Kurze Minute hier, 70 Kohle abbauen. Für den Motoren brauche ich den von, aber ich würde da nicht gerne zu Fuß gelaufen, das würde nämlich wieder Ewigkeiten dauern. Weil der gerade... Weil der abwackt da. Ja. Du musst doch gucken, ob da jetzt noch einer abgebaut wird, währenddessen du hackst noch, ne? Ne, 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 wird nicht. Also ich gucke, ich habe den drauf. Ja, okay. Da noch 36 A da. Junge, die Unikis ist voll scheiße. Die ist leer. Junge. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und langsam baut er die mal ab. Aber stetig. Was soll ich das gesagt denn? Er ist nicht schnell. Aber er ist beständig. Und darauf kommt es an. Habe ich meinem Chef auch gesagt. Ich bin langsam wie Sau. Wenn du langsam bist. Aber lass mich aufstehen. Ich bin langsam wie Sau. Ich gebe zu. Aber ich bin immer da. Außer wenn ich gerade, wenn ich kacken muss. Dann bin ich nicht. Ja, gut. Ja, das ist wirklich so. Kann man nichts machen. Ah, geht auch nicht anders. Die kann ich auch mit Kuhle betreiben, die Kacke. Alles kaputt machen, ey. Welche Kacke jetzt? Was losgefahren geht wieder los. Warum haben wir eigentlich immer Eisenprobleme? Weil unsere Ader sehr klein ist, ne? Ich maximiere die auch gerade mit. Minimalen Sachen. Oh. Oder du könntest mir helfen. Hattest du schon Schienen rausgenommen aus der Kiste? Ja. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwie einen Knacks im Höhren habe. Weil ich dachte, da müsste doch längst die Kiste voll gewesen sein. Die ist halt nur leer. Also, irgendwas stimmt doch nicht. Okay. Bin ich dement geworden? Ich würde sagen, Inventargröße erhöhen. Das hilft uns. Feuerrate danach und Lebgeschwindigkeit. Was können wir danach? Wir können auch Beton machen. Das haben wir letztes Mal auch null gebaut, ne? Irgendwie ein bisschen Beton, dass wir schneller gehen können und sowas. Noch? Ich hab's gebaut. Du hast gesagt, nee, das ist unnötig. Ja. Na? Das möchte ich reflektieren. Das wäre sehr geil, wenn wir es diesmal machen würden. Wollen wir so eine Autobahn bauen? Oh ja, bitte. Und Parkplätze. Dann bauen wir so eine Stadt. Ja. Hier ist Eisenerz. So für Hin- und Zurückverkehr. So für die LKWs, die nicht existieren. So, ich hab grad die Kohlade maximiert. Maximiert. Guck mal, ich hab hier zwei Brenner hingesetzt. Weg von hier auch ein bisschen. Ja, gut. Weil hier einfach die Kohle zerschmolzen ist das Kacke, dass sie zusammen sind. Weißt du was? Ich kenn hier auch hier sicherheitshalber. Äh. Das ist mich verwirrt. Sicherheitshalber hier. Vorbezugte Ausgang. Da soll Kohle filtern. Recht. Also brauchst du gar nicht, weil... Also wenn du über die Miner rüberhaverst, dann siehst du ja, was der für Ressourcen abbaut. Und wenn du dann nirgendwo Kohle siehst, safe. Ja, aber das war bei dem vorhin auch, wo ich das abgebaut hab. Und der war noch mittendrin. Äh, wo du hier abgebaut hast? Ja, der war auch mit drauf. Ja, aber der, da hab ich ja, hab ich auch gesehen. Dieser Miner hier, der hat auch angezeigt, dass der Kohle abbaut. Bei mir nicht. Deswegen hab ich das Manuel erstmal weggehauen, die Kacke. Ja, also ich hab noch drei. Das ist sowieso richtig gewesen, ne? Dass du das abbaust, weil das wär so irgendwann dazu gekommen, dass er das hat. Boah, ist es soweit. Lass mal den Geschütze in Ruhe, ihr Bastard. Nein! Oh. Ich darf auch noch Konfrontationskurs. Äh, ich meine diplomatische Verhandlungen. Ich verhandle mit Waffen. Das ist nochmal genannt. Ah ja, äh, den Beginn einer politischen Auseinandersetzung mit dem Ziel der Demokratisierung. So war das. So, nur noch Zivilisten, äh, ich mein Kollateralschaden wegmachen. Tja, wie viel die da drauf ballern müssen. Ja, das ist so ne Drecksmuni, Mann. Ich sag's immer wieder, ey. Junge, tausend Schüsse pro ein Haus. Ich weiß nicht, ob die das ein bisschen, äh, justiert haben, oder? Aber das ist schlussensquächer. Ich meine, wir haben ja auch die beschissenste Muni, ne? Und das ist, also... Fünf plus eins ist Schaden. Das kann schon Sinn machen, dass das so schwach ist. Aber es wirkt trotzdem sehr wenig. Metall ist gut, also besser. Metall ist gut. Dann ist halt gut bezahlt, ne? Also die Munitionsvorräte müssen bei den Türmen echt hoch sein, oder... Die richtige Muni muss drin sein, aber das ist halt teuer. Ja, bald können wir uns das leisten. Und dann bis dahin haben wir ja auch noch hier die Technologie, dass wir... Äh, die Waffenfeuerrate erhöhen können, dann geht das schneller. Und den Projektivwaffenschaden können wir auch noch erhöhen, nachdem wir nicht Spaß haben, ne? Das macht ja auch noch. Einen großen Unterschied. Okay. Ist es schon zu früh für Solar, ja, ne? Hm. Eigentlich nicht unbedingt. Also du kannst das ruhig auch schon... ...bauen. Boah. So ein, so Alkaon, weißt du, so ein oder zwei Assembler, die das bauen. Das reicht ja völlig aus. Für Stahlkrieger. Für sowas Leichtes. So, next. Oh. Scheiß Stein. Äh, ja, ich hab noch genug Muni. Alles easy. Hä, warum geht das so schnell gerade? Was für eine Rüstung hast du? Schwere. Mit Stahl. Hast du die auch ausgerüstet gehabt? Ja. 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 Die sind wohl... Oh, da war ein mittelgroßer Wurm. Deswegen. Hm. Ja, der Fixer. Der Fixer. Der Fixer, ja. Kreisdreck. Are you died? Oh, ja, I died it. Okay. Du bist gedeiht. Ich bin ein bisschen Kunst davon, um renne ich da direkt wieder hin. Ein bisschen Eisen. Wollen wir einen Kreisverkehr machen oder wollen wir da eine Einsatlinie hinbauen? Und gleich Kreisverkehr, ne? Ja. Okay, hier. Sock. Also hier auch die... Habe ich aber so eingezeichnet. Soll hier die Entladestation sein? Ja, genau. Mal kurz. Ich brauche gerade schon diese, ähm, die Haltestation. Habe ich schon hier. Gut. Äh, wollen wir die lieber in andere Richtung setzen, damit die Rechtsverkehr haben? So. Okay. Ja, dann mach du doch diese Station. Dann mach ich dort hinten einfach weiter bei der Aufladestation. Ähm, ja. So, zweites Auto. Und los geht's. Oh, eine Lokomotive. Was wollen wir denn für, äh, für eine Waggonanzahl machen? Wollen wir wieder zwei oder drei? Drei oder vier bei, ähm, bei Eisenerz, bitte. Dann machen wir doch vier. Ja, das ist, ah. Da machst du mich glücklich. Kann ich bestimmt auch anders glücklich machen, aber das ist mir das Anfang. Oh, was hast du denn für einen scheiß Spoiler? Das ist ein Anfang. Ja, das ist so ein Pfeil. Digga, das sind halt einfach die, äh, die kleinen Sachen. Die, äh, die, äh, die, äh, besonders die Leiche von Todorodo ist besonders klein. Cedric, die haben so ja selbst das Eisenbahnsystem nochmal verändert. Ja, ja. Hab ich auch mitgekriegt, dass da noch richtig viel Stuff dazu kam. Ja. Mit den Neuhalterbrechungen und Unterbrechungen und so. Und die können irgendwie auch selbstständig irgendwo nach, äh, ihre Brennstoff nachladen, wenn sie... Ich hab doch gegessen! Fucker! Ich hab doch gegessen! Wisst ihr, was die Definition von Wahnsinn ist? Ich habe doch gegessen! Dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarzen. Oh, Mann, ey! Die Erzförderer, die Spoilern ein bisschen. Was? Die Erzförderer, die Spoilern ein bisschen. Spoilern? Ich sehe, warte, mit was man das alles betanken kann, die Scheiße. Die Beförder, äh, Befeuerten. Ah ja, wenn man darüber hau, wollt, meinst du? Nee, wenn du die normalen nimmst, die nimmst. Ja, ja, ich sehe es, da hast du akzeptierter Brennstoff, ne? Das ist dann viel Stuff. Ja, genau. Ja, das geht gar nicht klar. Das ist so, das geht zusammen, Zähne, Eicheln, roten Ballon, Gehirn, vergammeltes Gehirn, Canamell, Popcorn, Gelee. Dann dieser komische Cube, dieser Cube aus Subnautica. Diese Powerlinger. Ja, wirklich. Oh, shit. Gib mir die Kneipe, let's go. Haha, kein Problem. Here we go again. Ich habe irgendwie nicht so viel. Wenn ich jetzt ein paar Granaten hätte, dann. Das ist so schön, Alter. Das ist jetzt auch eine Granate. Nochmal bitte. Ein Stein in der ganzen Gegend. Ich fahre dagegen. Wir kriegen gerade keine grüne Sirens. Weil die Bells nicht produziert werden. Dima, kannst du mal gucken? Du bist gerade in der Nähe. Ja, das ist direkt. Ich habe das Gefühl, so auf den ersten Blick, dass die sehr weit hinten sind von der Produktionskette. Mann. Eigentlich nicht. Das ist total. Das ist so ein bisschen zu knapp. Lass mich doch irgendwie wegfahren, du Drecksauto. Ein Viertel wird zweimal. Oh Mann. Mann, ist das ein dummes Scheiß. Fick dich. Ich kann ja mal so machen. Junge, diese Einsammonie ist der übelste Scheiß. Level-2-Beiter direkt so, hey, hast du mich irgendwie angepiekst? Pisser. Ja, die haben Rüstung. Da brauchst du Rüstungsdurchdringung in Munition. Du brauchst mehr Turrets. Und dich dahinter verstecken oder dich damit einkerkern. Dann füllst du gerne meine Sachen aufsammeln, danke. Ja? Ja, Dima, du machst das schon. Rüstung. Rüstung. Ja, du brauchst erst einen guten Main-Bust, dann kann ich weiterbauen. Weil Metall ist hier so knapp, da brauch ich gar nicht mehr abgreifen. Teilweise. Dann gradle doch die Bahn ab. Sobald du alle Bahn upgradest, sollte es relativ gut gehen. Der Bahn upgradest auch. Wir sind ja gerade dabei. Also die Fließband upgraden würde nichts bringen, weil wir... Input ist maximiert und die Öfen... Also es wird auch alles verarbeitet, was da produziert wird an Eisenerz, weißt du? Da ist kein Bottleneck drin. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Damit wir die Science weitermachen können, könntest du die Priorisierung bei ein paar Splittern ändern, dass die irgendwie zuerst das eine Band befüllen. Damit wir mehr Fokussierung auf die Science selber setzen können. Oder andere Sachen deaktivieren. Das heißt, du solltest die größte Priorität haben, damit wir das dann halt ja alles befächern können. Ich hab zum Beispiel jetzt mal eben über Remote die schnellen Fließband, die roten, die Kiste komplett blockiert. Falls das produziert wird, dass das da nicht weiter geht. Vielleicht sollten wir die Muni auch kappen. So irgendwie hier so ein, so dass das da halt sich aufstaut und erstmal nicht produziert wird. Irgendwie so, bis wir gleich hier mehr Eisner herangeschafft haben. So, ich hab meinen Scheiß wieder. You can't listen to you stark. aber ich habe was anderes erstmal für dich brauche ich nicht ja du brauchst mehr Turrets pass auf du stirbst da gleich wieder du hast keins mehr vor dir dieser Rotwurm ist so ein Tank ich warte bis mit weiter töten ist echt scheiße mit der Muni ich sag dir ehrlich mit den fünf Turrets die du noch im Metall hast würde ich zurückgehen und irgendwie 30 Turrets holen und nochmal 2000 Muni und dann einfach alles voll Kleister mit den Dingern damit du das erledigst das wirst du da nicht schaffen können mit den wenigen der ganze Schrott der hier schon rumliegt also brauchen wir diese Muni erstmal nicht mehr? Produktion oder was? ne erstmal nicht ich meine in der Kiste sind fast 3000 das ist erstmal ok weißt du während wir keine Science produzieren brauchen wir nicht noch mehr Muni in der Kiste obwohl wir da schon was haben ne ich will hier was aufstellen so jetzt werde ich mal hier zum professionellen Holzfäller super blöd also rechts weg super wunderbar das war Komödiegold oder? so kommt auch kein viel erstmal hin alter was mach ich da überhaupt unnötige Stellung noch aufbauen Nanobots werden wieder so ne Erleichterung Nanobots einfach Nanobots Chris ach äh Drohnen sagen wir mal Roboter ja schnell Bau ab ich weiß gar nicht wo du Nanobots her hast was für ein Game Space Space Jo mit dem Mod Stimmt Space Digga Space Engineers das ist ja wie hier nur dass man da auch ins Weltall kann ach ne warte das ist ja